Hey Leute, schön, dass ihr wieder da seid. Ihr könnt hier sehen, mein WhatsApp ist im Dunkelmodus, im sogenannten Darkmodus, wo man das einstellen kann, bzw. wie man das aktivieren und deaktivieren kann, zeige ich euch jetzt. Ihr müsst WhatsApp öffnen, dann geht ihr oben ins Menü rein, über die drei Punkte, öffnet das einmal, geht in die Einstellung hinein, dann geht ihr hier unter Schätz, Hintergrundes Schätzverlauf, und hier ganz oben habt ihr den Punkt Design Dunkel. Das kann man jetzt hier wieder auf hell ändern, bestätigen. Ihr seht, es wird wieder hell, und man kann es dann auch wieder entsprechend dunkel einstellen. Ja, hier geht das, so geht das. Ich hoffe, das Video war informativ und hilft euch. Wenn ihr einen Daumen nach oben habt, gerne ein Abo dalassen, wer es noch nicht tut. Bis zum nächsten Mal.